So, da sind wir in der nächsten Runde. Die andere Runde hat nicht mal drei Minuten gedauert, das war wirklich schnell. So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von den Minecraft Games. Heute spielen wir mal ein Spiel, was ich noch nicht auf meinem Kanal hatte, und zwar ist das Rage Mode. Und ich versuche den einfach mal schnell mit der Axt zu treffen, was nicht funktionierte. Dafür kriege ich mal die Axt wieder aufsammeln. So, wer Rage Mode nicht kennt, man hat hier einen Rage Bogen, eine Combat Axe und einen Rage Knife. Und man muss versuchen, eben die meisten Kills zu machen. Und das war dein Kill und nicht meiner. So, den habe ich. Ein Emerald dazu bekommen. Ich weiß nicht, was du vorhattest, aber das hat nicht geklappt. Das ist auch mein Kill. Ich kann froh sein, dass er gerade nicht die Axt geworfen hat. Jetzt leckt das irgendwie gerade. Der ist auf jeden Fall weg. Okay, den habe ich in der Luft getroffen. Da hat es nicht gebracht, dass er hochgesprungen ist. Da lag eine Axt. Ich glaube, man kann eine fremde Axt nicht aufsammeln. Bin mir aber auch nicht sicher. Und da sehe ich einen. Und da oben auch nochmal. Ups, da hat er mich getötet. Das erste Mal. Bin immer noch mit sieben Punkten führender. Aber ich habe die Axt. Die soll ich auch benutzen. Vor allem, weil der da oben gerade steht. Zumal der jetzt weg geht. Aber den kriege ich trotzdem. Warum kann ich die Axt gerade nicht werfen? Ich wollte die Axt eigentlich werfen, aber keine Ahnung. Vielleicht war ich zu nahe. Kann natürlich auch sein. Naja, da ging die Axt doch gerade rauf. Aber okay. Wenn er meint, die Axt hat nicht getroffen, ist es so. Ich kann mir vorstellen, eine Axt ist schwieriger zu programmieren. Also richtig zu programmieren. Als zum Pfeil. Aber ich kenne mich damit nicht mit so aus. Aber ist dir egal. Ich werde beschossen. So, von da. So, jetzt habe ich den mit 25% seiner Kills abgezogen. Wenn ich einen bekommen habe durch die Axt. Hier ist keiner. Doch, da war einer. Olympix, ich habe gerade eben schon getötet. Tut mir leid, dass ich dich jetzt nochmal getötet hatte. Du stehst da vorne nochmal. Tut mir leid. 15 Punkte. 25 muss man erreichen. Wenn es so weiter geht. Dann habe ich die Kills schnell zusammen. Hallo, Olympix. Du nochmal. Und diesen Shop brauche ich gar nicht. So gut, wie ich gerade bin. Also ich wusste nicht, dass ich doch einigermaßen gut bin hier drin. Jetzt bin ich von zwei Seiten gerade. So, 20 Kills. Mich darf bloß keiner mit einer Axt treffen. Ich habe Berserke erreicht, das Achievement. Wenn ich jetzt einer mit einer Axt treffen würde, das wäre... Dass zumindest was passieren könnte. Weil dann wäre alles weg. Meine ganzen Kills. Dann wäre ich nur noch... Dann wären 25% der Kills abgezogen. Ich brauche nur noch einen Kill. Wo ist mein letztes Opfer? Hier ist mein letztes Opfer. So, jetzt haben wir es geschafft. Da fahre ich schnell. Bester Mann. Das ging aber schnell innerhalb von drei Minuten. GG. Mal gucken, was die schreiben. Dann erhält man das. Gewinne eine Ragemon-Runde. Und innerhalb von drei Minuten. Okay, da schreibt man vorhin gerade, ob eine Party angenommen werden soll. Ich schreibe die gleich mal zurück. Bis gleich. So, da sind wir in der nächsten Runde. Die andere Runde hat nicht mal drei Minuten gedauert. Das war wirklich schnell. Mal gucken, ob ich das jetzt besser hinkriege oder nicht. Ich sehe auch gerade keinen. Eigentlich ist die Axt ja unnötig, so gesehen. Am Anfang, wenn noch keiner einen Kill hat. Das zieht mir ja keine Kills ab. Aber trotzdem werde ich sie benutzen. Das war nämlich so. Hat funktioniert. Das finde ich aber keinen mehr. Obwohl die Runde komplett voll ist. Okay, man kann sie nicht ganz zu sehen. Oh, das habe ich jetzt nicht schnell genug reagiert. Aber da hinten sehe ich ein. Komm, da ist ein Angelaufen. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe gerade ein Pfeil abbekommen. Das war von dir. So, du hast wahrscheinlich auch getötet den anderen. Das ist nicht ganz so praktisch, umzustehen. Hier wird noch gut gesehen. Oh, da wurden hier 25% meiner Kills abgezogen. Weil mich Leo dort... Ne, Leo... Louis Dead mit einer Axt getroffen hatte. Na, jetzt ist das nicht ganz so gut, die Runde. Normalerweise hätte ich jetzt schon 20 Kills bei der anderen Runde gehabt. Schade, ja, klappen können. Aber ich kann hier, glaube ich, wieder aufsammeln, oder? Ups, da hat mich der andere doch noch getötet, den ich gerade getötet hatte. Töne mit dem Bogen. Ich weiß, dass da einer da war. Aber der ist wahrscheinlich weg. Hm, komisch. So, den würde ich gerne haben. Ach, schade, da waren andere schneller. Okay, das hätte fast daneben gehen können. Beziehungsweise, das wäre fast der Nebengang. Fast hätte er mich noch getötet. Meine Axt müsste halt drin irgendwie liegen. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Wenn ich jetzt ehrlich bin. So, da ist einer. So, hier unten müsste einer sein. Geht drin. Zum Glück ist Fallschaden, ich weiß gar nicht, ist Fallschaden deaktiviert. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, ob ich Fallschaden bekomme oder nicht, oder ob das durch den Pfeil von dem war. So, macht man das. Jetzt schnell auf den. So. Ah, 10 hat der, 10 Kölzer hat der Beste. Ich habe 9. Das wird mein 10. Dann ist das der 11. da hinten. Oh, das war sehr gut. So, 11, 11. Da hat mich niemand von hinten getötet, aber ich habe den vor mir noch schnell mit in den Tod gerissen. So, jetzt schnell die Axt wieder aufsammeln. Ich kann sie ja weiterhin nutzen. Und zwar an dem. Kein Ohn, nix für, wenn er da so steht. Hätte er mit rechnen können. So, ich habe 16 Emeralds. Da steht einer. So. Ich kann mich heute hier oben hinstellen. Da habe ich noch nicht mal gesehen, wo er stand. Ist auch nicht schlimm. Da führe ich immer noch. Ich kaufe mir wahrscheinlich eine Hundestaffel. Ich weiß gar nicht, was die so bringt. Ob das wirklich sinnvoll war. Ich meine, klar. Die Items sollen ja eigentlich was bringen. Kamen und Mine. Ich weiß aber nicht mal, wen man setzt. Ich meine, wie setzt man die? Ich habe gar keine Ahnung. Muss ich die mit schießen? Kann natürlich auch sein. Ich probiere es nicht weiter aus. Ich versuche noch den letzten Zing. Kills zu machen. Der hat meine Hunde getötet. Greifen die Hunde auch allein an oder? Ich weiß es gar nicht. So, den habe ich. Die Hundestaffel soll mich beschützen. Aber vor was denn? Falls ihr mal zu nah kommt. Schade, die war auch weg oder? Ja, jetzt ist eh egal. 17, 16. Warum ist der eine eigentlich rot? Achso, mein Nemesis. Könnte sein. War das nicht mein Hund gerade? Ich habe noch keinen anderen mit dem Hund gesehen. Ich habe immer noch einen am Leben. Hallo, Krümelmonster. Schade, Krümelmonster. Ich dachte, das geht vielleicht vorbei. Oben war keiner. Na, Tricks Eis hat noch keinen einzigen Kill. Na, vielleicht hat er einen, aber war die abgezogen dann. Jetzt waren wir 25% abgezogen. Das war doch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir nur 12. Das ist viel. Wie war ich denn vorher? 16. Ja, muss 16 gewesen sein. Na gut, aber der andere hat auch nur diese 12. Ist alles wieder möglich. Hältst du wohl gerne. Warum stirbst du denn nicht? Okay, ich habe dich noch nur gefühltet, aber du mich auch. Okay. Oh, meine Tastatur spinnt gerade schon wieder. Für dich hatte ich... Hm. Sehen tue ich keinen. Ich müsste ihn 13 nennen. In Diaper. Da ist der, aber ich habe keine Axt mehr. So, ich habe meinen Nemesis Gegner getötet. Ich wollte wieder von Tricks Eis... Tricks Eis, du hast den ersten Kill. Der hast du wahrscheinlich vorher auch eine Axt abbekommen. Das heißt, wir haben mehr Punkte. Oh, den wollte ich eigentlich. Okay, da ging ganz daneben die Axt. Also da von links kam, haben wir auch gar nicht gesehen gehabt. 15, 15, 15. Hier reisen uns gerade alle um Platz 1. So, da habe ich den einen. Da habe ich den nächsten. Jetzt bin ich auf dem Platz 1. Da ist der Nächste, der tot ist. Der war noch kurz geblitzt. Da ist der normal, oder? Na gut, wenn man im Shop ist, kann man natürlich nicht reagieren. Da ist der Nächste. 20, 20. Jetzt wird es wieder knapp. Ich brauche vielleicht eine Axt, damit ich wieder die anderen ein paar Punkte abziehen kann. Hier sind noch welche. Okay, da habe ich nicht schnell genug reagiert. Ich wusste nicht, dass er gleich nach oben kommt. So, wo ist denn hier noch einer? 20, 20. Also wir reisen ins Bögel um Platz 1 gerade mit den Punkten. Das schaffe ich nicht von hier hinten. Zumindest nicht mehr die Axt. Weil hier ist einer. Den habe ich. Wo der andere mich jetzt getroffen hat, weiß ich gar nicht. Das ist einer. Ne, das ist keiner. So, hier oben schießt er mich immer ab. Der hat sich jetzt eine Hundestaffel gekauft. Ich werde von hier hinten beschossen. Wir treffen gerade beide nicht so wirklich. Wobei, ich verletze ihn die ganze Zeit. Aber Schaum ist er noch nicht. Komm her. Oh, jetzt hat er mich getroffen mit der Axt. Das war nicht so gut. Das kann ich wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Dann muss ich die volle Windel erst nochmal mit der Axt treffen. Wenn ich das richtig übersetzt habe. Ich glaube, ja. Ups, da bin ich aus dem Inventar gewesen. Das ist natürlich nicht ganz so schlau. Naja, ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Und der braucht nur noch einen Kill. Soll ich jemanden treffen jetzt mit der Axt. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nur gesehen, aber ich wusste nicht. Oh ja, ich habe ihn nur gemerkt, dass ich beschossen wurde. Ich wusste aber nicht von wo. So, den habe ich auch. Damit steht es jetzt 17. Für mich, wenn er noch 24 hätte ich den mit der Axt getroffen, wäre es wieder ganz anders. Man kann natürlich nicht alles haben. Und blöde Dive hat gewonnen. Ja, das war eine Skull-Tür-Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ging. Wie lange nehme ich schon auf? 15. Dann würde ich sagen, gibt es auch eine Runde. Und bis gleich. So, ab geht es in die nächste Runde. Ja, das steht schon mein erster Gegner. Ich spanne schon mal den Bogen. Denn gleich schieße ich sofort auf ihn. Das war jetzt dämlich. Da hast du ja da Axt verspendet. Du hast ihn mit Kostung getötet, wenn ich das nicht geschafft habe. Naja, aber ich sehe gerade, wir haben sehr viele Premium-Spieler, wenn man es so auf dem Scoreboard sieht. Oh, ich dachte, den kriege ich vielleicht. Na, schade. Aber der springt auch immer beim Schießen, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so praktisch ist. Aber muss ja. Ja, die haben sich beide ausgeschaltet. Dann gehe ich einfach auf dem, der da Axt. Na, das war auch nicht so schlau. Oh, was war das denn gerade? So, ach, ich treffe keine einzigen. Das machen immer die anderen alle. Also, ich bin gerade echt schlecht. Da war die erste Runde am besten. Die erste Runde war innerhalb von drei Minuten fertig. Noch nicht mal, das war weniger. Na ja. So. Ich habe... Ich schaffe keinen einzigen Kill. Einen habe ich, ne? Ich glaube sogar zwei, okay. Weil hier geht es gerade richtig ab. Die Map ist auch, glaube ich, sehr klein. Das Schiff hier. Aber die ist gar nicht so groß. Okay, ich versuche es erst gar nicht. Ich respawne noch nicht mal komplett. Und ich werde schon wieder beschossen. Deswegen, die Map ist sehr klein. Dass man da wirklich ausweichen kann. Ich glaube jetzt nicht. Und ich wollte wieder mit einer Axt getötet. Ich habe jetzt wieder nur zwei Kills. Also, die gehen irgendwie alle auf mich. Na, Patsi hat eh gleich gewonnen. Der hat schon vor um 15 Kills. Nicht vor um 15, das ist so viel. Jetzt bin ich von der Seite. Aber das ist viel. Ich werde immer von Premium-Spielern getötet. Naja. Eine Chance habe ich, glaube ich, nicht mehr. So. Komm her. Was war die eigentlich von hinten? Was war das denn gerade? Ist auf einmal nach hinten gesprungen. Naja. Was war los hier? Der hat sich sofort umgedreht. Obwohl er wüsste, dass ich hinter ihm war. Ging da alles mit rechten Dingen zu. So. Jetzt komme ich. Neun Kills. Okay, es hätte ja klappen können. Leider nicht ganz. Da liegt eine Axt, aber die gehört nicht mir. Ist hier nicht nur einer, den ich vielleicht töten könnte? Von unten natürlich, ja. Oh, da hat schon Patsi gewonnen. Dann gehen wir schnell. Ich habe jetzt viel, die hängen alle zusammen, die drei. Ich glaube, die sind auch reingekommen gleichzeitig am Anfang. Ne, nicht ganz. Naja, ich würde trotzdem sagen, das war es für heute. Lass da eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin und tschüss.